Dazu sehen Sie jetzt Wahlwerbung der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die Partei. Für den Inhalt der Spots sind ausschließlich die Parteien verantwortlich. Sehr geehrte Damen, liebe Herren, mein Name ist Markus Sonnenborn und ich spreche zu Ihnen als Vorsitzender der Partei für Arbeit, Reisefreiheit, Tierschutz, Elitenbeförderung und basisdemokratische Initiativen, kurz die Partei. Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen in diesem Land und haben uns deshalb was überlegt. Gemeinsam mit einem extrem hochbezahlten Berater haben wir das Projekt HLX entwickelt. HLX steht für hohe Leistungsmaximierung. Dieses Projekt besteht im Wesentlichen aus der Verlagerung von qualifizierten Leistungsträgern nach Bari, Neapel, Pisa, Olbia, Salzburg und weiteren Destinationen. Das schafft gute Laune und Platz auf unseren Straßen. Und gute Laune ist wichtig, denn die Hälfte der Wirtschaft ist bekanntlich Psychologie. Und nun zu etwas ganz anderem. Schleichwerbung. Die wird komplett abgeschafft, wenn wir an der Macht sind. Auch in ARD und ZDF. Bitte wählen Sie deshalb am 18. September die Partei. Wir versprechen Ihnen maximalen Optimismus und voraussichtlich mindestens 19,99 Euro Wirtschaftswachstum. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Parteien zur Bundestagswahl 2005. Dazu sahen Sie einen Wahlwerbespot der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die Partei. Daraufhension bandwidth.